Die Rote 7 ist im Begriff und jetzt sehen wir, wie sie auf den Startball anläuft und jetzt gleich hört man einen wunderbaren Sound. Da sieht man die Rote 7 natürlich auch auf der Seite. Wunderschön, das ist ein Sound. Das war jetzt übrigens ein 12-Zylinder-Motor. Übrigens für unsere Freunde aus der Automobilindustrie hier vor Ort, dieser Motor hat eine Noventil-Direkt-Benzin-Einspritzung. Im Verbrauch jetzt bei den Spritkarten sind wir wahrscheinlich nicht so super günstig, aber... Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.